In diesem Video nehmen wir euch mit zu den abenteuerlichsten Aktivitäten in Thailand. Wir trecken durch den wilden Dschungel des Kao Sok Nationalparks und bestaunen uralte Baumriesen. Auf dem Mekong erleben wir die atemberaubende Natur Südostasiens beim Kajakfahren. Am traumhaften Fifi-Archipel entdecken wir bunte Korallenriffe beim Tauchen. Wildwasserrafting auf dem Quai sorgt für den Adrenalinkick. Wir wandern auf Thailands heiligen Berg Doi Suthep und erkunden die beeindruckenden Wasserfälle des Erawan Nationalparks. Ob Naturliebhaber oder Adrenalin-Junkie, Thailands Abenteuerlandschaften lassen keine Wünsche offen. 1. Thailand ist ein Land voller Abenteuermöglichkeiten. Ob Trekking durch den Dschungel, Kajakfahren auf dem Mekong oder Tauchen am Fifi-Archipel, Thailand hat für jeden Abenteurer etwas zu bieten. Eines der beliebtesten Abenteuer ist das Trekking im Kao Sok Nationalpark. Der Nationalpark befindet sich im Süden Thailands und bietet atemberaubende Landschaften. Alte Urwaldriesen, dichter Dschungel und türkisfarbene Flüsse, All das erwartet Naturliebhaber auf einer mehrtägigen Trekking-Tour. Die Wanderwege sind sehr gut ausgeschildert und es gibt Touren für jedes Fitnesslevel. Von leichten Spaziergängen bis hin zu anspruchsvollen Bergbesteigungen ist alles möglich. Eine zweitägige Tour mit Übernachtung im Dschungel kostet ungefähr 2000 Baht pro Person. Dafür ist die Verpflegung, ein Guide und die Unterkunft inklusive. Wer Lust auf ein echtes Abenteuer hat, der ist beim Trekking im Kao Sok Nationalpark genau richtig. 2. Eine weitere aufregende Aktivität ist das Kajakfahren auf dem Mekong. Der Mekong ist mit über 4000 Kilometern der zwölftlängste Fluss der Welt und fließt durch sechs Länder Südostasiens. In Thailand windet er sich durch malerische Landschaften und bietet somit die perfekte Kulisse für ein Kajakabenteuer. Der Mekong ist in Thailand etwa 1200 Kilometer lang. Beliebte Routen sind rund um die Städte Chiangkong und Chiangshain im Norden des Landes. Hier reiht sich Naturschauspiel an Naturschauspiel. Man paddelt an traditionellen Dörfern vorbei, erkundet versteckte Höhlen und genießt die Stille fernab der Zivilisation. Natürlich gibt es auch aktiv reichere Abschnitte mit Stromschnellen für erfahrene Kajakfahrer. Der Mekong ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für Thailand. Er wird für den Transport von Waren und Personen verwendet und ist auch eine wichtige Quelle für Wasserkraft. Die Preise für Tagestouren liegen bei ungefähr 1500 Baht. Inbegriffen ist die Ausrüstung und meist auch ein erfahrener Guide. Das Kajakfahren auf dem Mekong ist ein Muss für jeden Thailand-Urlauber. Wer in Thailand auf der Suche nach Adrenalin und Abenteuern ist, der sollte unbedingt einen Tauchgang am berühmten Phi Phi-Archipel machen. Die Inselgruppe liegt etwa 40 Kilometer südöstlich von Phuket entfernt im Andamanischen Meer. Umgeben von türkisfarbenem Wasser verbergen sich hier atemberaubende Korallenriffe und eine bunte Unterwasserwelt. Anfänger können in der Maya Bay ihre ersten Tauchgänge unternehmen, während erfahrene Taucher die King Cruiser Wreck erkunden können, ein populäres Wracktauchgebiet. Die Sichtweiten sind über das Jahr verteilt sehr gut, sodass man bis zu 30 Meter weit sehen kann. Neben exotischen Fischen und Korallen lassen sich auch Haie und Schildkröten blicken. Halbtagestouren mit zwei Tauchgängen gibt es ab etwa 2500 Baht. Enthalten sind Transfer, Ausrüstung und erfahrene Guides. Das Tauchparadies rund um die Phi Phi-Inseln ist ein einzigartiges Erlebnis für jeden Tauchbegeisterten. 4. Wer es noch extremer mag, der ist in Thailand beim Wildwasser-Rafting genau richtig. 5. Beliebte Flüsse zum Rafting sind der Quai und der Song Prey im Norden und der Fahri im Süden des Landes. 5. Die Routen führen durch atemberaubende Dschungellandschaften mit Stromschnellen der Schwierigkeitsgrade Droh-V. Mutige Abenteurer können sich hier richtig austoben. Der Quai ist aufgrund seiner historischen Bedeutung ein besonders beliebter Fluss. Er wurde während des Zweiten Weltkriegs als Teil der berüchtigten Death Railway genutzt. Heute paddelt man als Tourist deutlich entspannter Downriver, kann aber trotzdem einiges an Adrenalin erleben. Halbtagestouren mit erfahrenen Guides gibt es ab etwa 2000 Baht. Neben der Ausrüstung sind auch Transfer und Verpflegung inklusive. Wer eine Extraportion Nervenkitzel sucht, der ist beim Rafting in Thailand goldrichtig. 5. Abenteuerlustige kommen in Thailand auch beim Bergsteigen voll auf ihre Kosten. Ein populäres Ziel ist der heilige Berg Doi Suthep nahe der Stadt Chiang Mai. Der Berg ist 1600 Meter hoch und beherbergt einen bedeutenden buddhistischen Tempel. Viele Pilger erklimmen den Gipfel, um im Tempel ihre Ehrerbietung zu erweisen. Touristen haben die Wahl zwischen verschiedenen Routen und Schwierigkeitsgraden. Die Wanderung dauert zwischen zwei bis sechs Stunden, je nach Kondition. Am Gipfel wird man mit einer fantastischen Aussicht auf Chiang Mai belohnt. Tagestouren inklusive erfahrenem Bergführer gibt es bereits ab 1000 Baht. Das Bergsteigen am Doi Suthep ist ideal für alle, die Naturerlebnisse mit kulturellen Highlights verbinden möchten. Definitiv ein Muss für jeden Thailand-Urlaub. 6. Last but not least bietet Thailand unzählige Möglichkeiten für aufregende Wildniswanderungen. Eines der schönsten Gebiete ist der Erawan-Nationalpark in der Nähe von Kanschanabiri. Auf zahlreichen Pfaden und Stegen kann man bis zu sieben traumhaften Watterflächen wandern. Die Wege führen durch dichte Dschungelgebiete und die schwülwarme Luft ist erfüllt vom Konzert der Natur. Entlang des Weges kann man exotische Pflanzen und Tiere beobachten. Die längste Route ist etwa 8 Kilometer lang und dauert ca. 4 Stunden. Der Park ist ganzjährig geöffnet, wobei die beste Reisezeit von November bis Februar ist. Der Eintritt kostet lediglich 500 Baht, inklusive sind Parkplatz und einfache Unterkünfte. Die Wildniswanderungen im Erawan-Nationalpark sind ideal für Naturliebhaber und bieten Abenteuer pur. Gute Reise und viel Spaß. Denkst du an einen Daumen hoch? Danke dir! Der Park ist ein Daumen hoch? Danke dir! geology Läumen hoch? рез Untertitelung des ZDF, 2020